Huch, wer ist denn das? Auf ihrem neuesten Instagram-Post ist sie fast nicht wiederzuerkennen. Moderatorin Bärbel Schäfer. Für viele ist sie beim Sonntagsfrühstück nicht wegzudenken, denn seit mehr als zehn Jahren moderiert sie für den Radiosender hr3 ihre Show namens Sonntagstalk. Ihren großen Durchbruch hat die heute 56-Jährige allerdings mit ihrer eigenen Talkshow bei RTL, durch die sie bis 2002 ganze 1500 Mal führt. Zu dieser Zeit entsteht auch das Foto, das Bärbel ihren Fans jetzt auf Instagram präsentiert. Zu sehen ist sie hier mit einer fast schulterlangen blonden Mähne, die wild von ihrem Kopf absteht. Damals trägt sie auch noch keine Brille. So ungewohnt dieses Styling an ihr ist, sieht es dennoch hinreißend aus. Doch nach dieser Frisur scheint der zweifachen Mutter bald nicht mehr zu sein. So experimentiert die hübsche Blondine 2006 mit einem lässigen Fransenschnitt, entscheidet sich dann aber auf lange Sicht für ihre freche Kurzhaarfrisur, die ihr auch heute in Kombination mit der großen Brille noch wunderbar steht. Doch nicht nur ihr Look hält sich jetzt schon lange, auch Bärbels strahlendes Lächeln ist ihr bis heute geblieben.